Ja und einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zurück in Walheim. Hallo. Guten Tag. Grüß dich, Herr. Hallo. Noch ein Drache. Wo ist denn das Ding jetzt? Machen wir eigentlich mit Drachenzeugs. Was? Dieses Drachenzeugs, was machen wir damit eigentlich? Komm drauf an, was das für Drachenzeug ist. Ja, so diese Drüsen und so Zeug. Und den Drüsen kann ich kochen. Was kommt da raus? Äh. Ja. Dränke? Oder Essen? Oder? Weiß ich auch noch nicht so genau. Das weiß ich auch noch nicht. Wir werden es noch rausfinden, denke ich. Die nächste Zeit war irgendwie. Okay. Eier. Ja, die Eier sind zum Beschweren vom Drachen. Glaube ich. Ja. Das sind drei so Nestplätzchen. Riesensuppe. So obsidieren. Haben wir dann plan? Da hieß es nicht, da kann man auch Rüstung oder sowas machen? Oder haben wir irgendeinen Teil noch nicht entdeckt? So, das? Eine sehr gute Frage. Das kann ich aber auch gerade absolut nicht beantworten. Geht jetzt nach draußen, oder? Bist du doch unser Profi? Nee, Profi haben wir hier 11 Uhr. Meins ist schon über ein Jahr her, das ist noch, äh, das ist, ähm, ab, äh, das ist... Veraltet. Genau. Veraltet. Aber sowas von veraltet. Aber ich glaube, das guckt jetzt hinten raus. Lass mich mal gucken. Also Obsidian-Pfeile, ja. Stimmt. Obsidian-Pfeile, die macht man aus Obsidian. Aber auch mit Federn dazu, ne? Ja. Ja. Denk ich. Ist ja blöd. Schade. Wäre. Logisch. So. Scheiße. Ja. Lieber. Ja, beim Bauen kann man hier auch echt manchmal fluchen. Manchmal schon echt gewalttätig. Wollte ich das denn? Wir haben einen Holzsack und dann macht er einfach nix. Mhm. Ich habe ein Loch gefunden. Darf ich nicht rein plumpsen. Aber da sind Treppen. Achso. Ja, die führen nur zu einer Kiste. Schade. Mann, jetzt dachte ich, da ist nochmal so ein geiler Untergrund. Dingens. Schade. Ja, so. Schade. Ich höre die Wölfe dauernd, aber ich sehe sie nennens. Ich habe den Grill im Schweinestall schon mal angeworfen. Morbide, aber okay. Ja, jetzt. Andererseits Schweine essen wir hier auch gegenseitig aus. Ja. Alle, dude. Jetzt sind die wieder hungrig. Nee, auch das funktioniert nicht. Ach, das ist doch zum Häuse melken. Wölfe. Wölfe, 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 Wölfe. Und Drache. Nee, Schweinchen. Dann könnt ihr mich jetzt mal an der Puppe schmatzen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das ist... Das ist ja echt. Wie war das mit Fleisch zu werfen? Fleisch werfen? Ja. Ja, einfach raus auf den Boden schmeißen. Okay, also Wolfssleisch essen sie schon mal nicht. Das wäre echt mobile. Ich mache nur deine Taktik. Die Wölschwein wollen sie auch nicht. Runter mit euch. Haut ab. Müssen wir es denen kochen, oder? Es muss vor denen liegen. Vor denen muss es liegen? Echt jetzt? Willst du es auch bei mir? Weiß ich nicht. Okay, warte mal. Okay, Elfo. Du hast... Ja, ich... Ja. Warte. Nee, das ist viel zu tief. Was mache ich denn da? Okay. Einen Test mache ich noch. Ich schiebe die nochmal hoch. Mach es jetzt Fernanleitung. Schiebe! Okay. Ich bin ja gewillt zu lernen, ne? Also... Schlappert die Lots. Wir kriege ich euch jetzt am besten da hoch. Moment. und... Alles klar. Alles klar. Nooo. Gerda und Henry. Auch euch. Jetzt reicht's mir aber. So, wer bist du? Du bist Gerda. Gerda, komm her. Komm mal kurz mit raus. Komm. Ja. Einmal dahin. Dankeschön. Warte. Warte. Und du bist der Henry, oder? Nee, du bist Wildschwein. Okay, Moment. Jetzt muss ich aber erstmal eine Leitplanke wieder bauen. Okay, dann testen wir halt nochmal aus. So, wir haben beim letzten Mal nämlich nicht gesehen, wie ich die hochgekriegt habe. Also sehen wir es heute. Wupp, wupp, wupp. Du kannst Hirschfleisch nicht auf Wolf anwenden. Interessant. Aber ich wollte Hirschfleisch auf Wolf anwenden. Ja, Gerda, genau. Da, da. Und jetzt ist der hoch. Nein. Okay, warte mal. Du willst dich wehren. Ich kann das besser als du. Warte mal ab. So, jetzt. Gib dich. Er reagiert kein Stück auf mein Fleisch. Dabei wirst du extra jagen gewesen. Was soll ich denn jetzt tun? Kann ich Wolfsfleisch auf Wolf anwenden? Nee, auch nicht. Wer ist Kannibalis? Egal. Kann ich Würst? Warte mal. Ah, nein. Jetzt habe ich keine Würstchen dabei. Wenn ich Hirscheintopf benutze. Kann es Hirscheintopf? Achso. Achso. Schade. Halt, 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 halt. So, so, so. Ja, ja. Okay, Gerda. Geh in deinen Stall. Ach, nebelig hier. So. Sehr gut, du. Hm. Nein. Aber. Stopp mal. Gerda, du musst dich ein bisschen wegdrehen. Das heißt, hier fehlende Voraussetzungen. Ich muss mich jetzt verarschen. Aber da findet ihr was. Ja, plötzlich Holz weg. Moment, der Schmiede. Da ist einiges gewesen. Ja. Da. Ja, da. Das ist halt auch eng, ne? Das ist halt auch eng. Aber ich krieg dich da schon rein, ne? Ich krieg dich da rein, wo ich dich haben will. Ja. So, jetzt hab ich dich. Du Pupsmäuschen, du. Pupsmäuschen, ne? Geil, ne? So. Henri, du Opfer. Wo bist du? Du hast ihn doch schon geopfert. Ach, du wartest da auch schon. Ach, das ist doch nett. Dann komm raus. Nein, nicht zurück. Ja. Komm, du. Komm, komm, komm. So, die Ferkel einsperren wieder. So, Henri, da oben gibt's Karotten. Jetzt hast du dich schon wieder da eingeklemmt. Warte, ich sammel die Karotten da hinten mal kurz ein. Ihr habt mich wahrscheinlich schon satt gefressen hier alle. Ach, Henri. Ach, Henri. Echt jetzt? Ich baue dir eine Leiter und du gibst die andere? Alter. Alter. So, jetzt bist du auf der richtigen Spur. Nice. Ja. Da. Ich hab den höheren Druck als ihr. Oh, grüß. Jetzt, 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 jetzt. Komm, noch ein Stückchen. Henri, Gerda, drück nicht so. Nein, Gerda, bleib auch da. Bei Fuß. Dann weiß ich, was er tut. Ja. Oh, warte mal, der Wolf hat drei Prozent Zahmheit. Wie hab ich das jetzt gemacht? Ja, ist irgendwie doch geschafft. Der bringt mich grad nur um. Boah, jetzt, das war knapp. Mann, jetzt muss ich den töten, aber der hatte Zahmheit. Muss ich den hier hinschmeißen und dann wegrennen, oder was? Warte, Gerda, du machst kurz. Der, der, der Wolf war grad hinter mich in der Gegend, wo ich vorhin mein Fleisch hin und her geschmissen hatte. Okay, warte. Ich hab den ersten Zoom auch geschmissen. Oh, ne Grubel buddeln, das ist ne geile Idee. Ich würde noch nicht so weit weg buddeln. Wenn der andere eine Grubel gräbt, dann selbst ein Grubel gräbt. So, jetzt wisst ihr, warum ich das offline gemacht hab. Wolltest du dich nicht flammieren? Weil das anstrengend ist. Weil dann hast du sie drin. Und dann kannst du aber nicht den Rücken setzen. Oh doch, komm, ja, jetzt. Alles gut? Ich hab sie wieder eingefangen. Blutti. Reicht das Essen auf der Stufe? Ich hoffe. Sauwitzig. Ich sehe, was hier drin ist. Ich sehe, was hier drin ist. Oh, was man nicht alles ausprobiert, ne? Nur um Futter zu sparen. Alter Schwede. Alter Schwede. Nee, also wenn das da oben klappt, wenn nämlich die anderen... los. Nee. 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 Mein Gott, das ist neblig. Hört ihr? Rinn die Hüte hier. So, war was gewesen? Nö, ne? Nix gewesen. Alles gut. So, da ist das Brett, was ich falsch gesetzt habe. Ja, es sind jetzt aber schon eins, zwei, drei, vier, fünf Ferkel, sechs Ferkel hier drin und ein größeres schon. Nett. Wie tief muss so ne Wolfsgrube sein? Hab noch nie nen Wolf gefangen. Rechnen so drei Mannes Längen? Ja, ich glaub, die springen nicht, ne? Also zumindest meine Schweine springen schon mal nicht. Hm. Einfach ganz tief. Das ist immer schön, wenn man es testen muss. Hey, riskier doch mal dein Leben. Ja, ist das sicher? Warum musst du testen? Na, okay. Dann testen wir. Jetzt bin ich so tief, es geht. Es muss tief genug sein. Oh, der Wolf ist sogar schon oben. Perfekt. Fahr rein. Komm runter. Hier komm. Muss ich gar nicht mal herlocken. Der kommt schon von selber. Aber er will nicht reinfallen. Unfall. Du willst es doch auch. Jetzt bringen wir den Nächsten an. Mit was spielen die Männer heute? Mit Tieren. Ja. Friss. Wolf. Friss. Egal was, aber irgendwas. Ja. Oh, und der wird schon rot. Du Scheiße. Muss man da dabei bleiben? Ja. Bis die gezähmt sind. Ich habe jetzt auch mal ein Drachenei runtergeschmissen. Also ich probiere es mit allem. Ich glaube, da muss ich mit Eis. Ich frisste auch Tannenzapfen. Sagst du welche? Ich habe ein paar. Ich bin ein Vegetarier. Irgendwas wird er wohl fressen. Ich glaube, mein Plunder mag er nicht so. Okay, das geht. Geht mal der Fuß rein. Das mag er bestimmt. Neu, das mag ich jetzt. Na gut, dann eben der Arm. Neu. Ault. Ich werde auch jetzt mein Bein erhängen. Upp. Ich will das auch. Ich kann jetzt. Reintut er aber sonst. Passiert da nichts. Ich suche mal einen Freund für ihn. Oder sie. Eis. Das Wolf. Das Wolf. Eis wie ich. So. Wir sehen natürlich keinen Wolf aus dem Boden. Ich stecke im Kamin fest. Bist du ein dicker Weihnachtsmann. Ich bin nicht ein bisschen so spät für ein Weihnachtsmann. Oder früh. Oder zu früh. Warte mal, ich muss. Wir sind ziemlich genau in der Mitte des Jahres. Demnach. Es ist so oder so. Das war die Probe, ob er abnehmen muss bis Weihnachten. Oh, da hat irgendwas nicht gestimmt. Warte mal. So, ne? Der Wolf hat gelbe Herzchen über sich. Ja, dann fängt er an sich zu zähmen. Ah, okay. Aber ich bin gerade weggelaufen erst. Ja, das dauert immer eine ganze Weile, bis die wirklich gezähmt sind. Auch bei den Wildschweinen war das so. Nur bei den Wildschweinen hatte ich halt Glück, weil ich sowieso im Dorf rumlaufe. Da war ich immer nahe genug bei denen. Ich dachte, er fängt von allein an. Dann gleich zu zeigen, dass er mich liebt. Aber guck mal, jetzt kann ich mal von oben hier alles gucken. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Guck mal. Ah, du siehst, wo ich gerade arbeite. Ja, du bist gerade da hinten am Arfen zu Gange. Ja. Okay, der obere will nicht mehr stehen bleiben. So kann man schleichen leveln. So, da müsste ich jetzt wahrscheinlich mit Eisenstangen von unten nach oben bauen, damit er stabilisiert wird, ne? Damit der mir nicht mehr abfällt. Oder nee, warte mal, da fehlt, glaube ich. Ich probiere es erstmal so. Und sonst muss ich gleich mit Eisenstangen. Oh, weil die geben mir auch nochmal einen kleinen Halt. Aber ich glaube nicht. Ne, der ist schon rot. Der ist knallrot. Hm. Ja, der obere knackt weg. Ich finde nochmal einen Wolf, den ich auch in das Loch stecken kann. Beides, der ist ein bisschen Liebe bei dir. Denn weil... Mir ist egal, wo ich die nachzüchte, weißt du? Wenn wir die hier nachzüchten, ist ja auch nicht schlecht. Dann haben wir Zugang zu Fällen. Aber dazu brauche ich halt nochmal einen. Oh, Mann. Fällt kein auf, wenn da ein Steinblock steht, ne? Wer fehlt? Von hier oben schon. Aber irgendwie... Du weißt? Ich weiß nicht. Ich bin mit dem Schornstein schon wieder gerade nicht ganz so zufrieden. Der andere war... Aber der ist aus Holz. Schornsteine sind nicht so leicht zu bauen, ne? Ja. Auch das, wo ich am Anfang die Probleme mithatte. Ja, vor allem die Zufriedenheit, dass es auch gut aussieht, sag ich mal. Ich mach einen Fake. Schornstein rein. Ich hab so viele Löcher und Fenster, dass man keine Gasdruck kriegt. Oh, die Gaule. Mach da nochmal was anderes. Das ist halt probieren, geht über studieren. Das ist einfach so. Der aus Steingefühle jetzt nicht so. Wenn der andere, die ich noch nicht bemerkt habe, dann kannst du den mit einem Pfeil töten. Okay. Wenn du dich anschleichst. Ja, oder weit genug entfernt bist. Okay. Wenn er noch nur rumschwebt. Ein vollgeladener Pfeil zum Brandpfeil und die sind tot. Die Brandpfeile sind toll. Einmal kurz gucken. Gucken, dass keiner guckt. Jetzt hab ich nicht geguckt. Okay. Ist zu weit weg. So. Das war jetzt zu nah, glaube ich. Ja. Hm. Aber jetzt müsst ihr doch. Okay. Der frisst. Aber der jetzt nicht, ne? Hast du auch noch einen Stapel? Okay, Gerda. Warte. Ich krieg auch noch was. Ich geh nur kurz in die Küche. Frisch gekochte Möhren kriegst du. Möhren. Möhren. Haben wir ja auch echt viele. Wird geil. Ah ne, wenn ich eh hier bin. Warte, ich wollte doch gucken. Achso, wo habe ich das gemacht? Achso. Hier vorne halt mit Steinen gekleidet. So. Der sieht schon cool aus. Eigentlich wollte ich die Folge was anderes machen. Aber irgendwie. Da musst du nicht schwören. Du musst das so nehmen, wie es kommt. Ja. Manchmal ja. So, die ist hungrig. Der futtert von da. Achso. So, Gerda. Guck mal, ob wir treffen. Guck mal, ich habe die unter dem Arsch geworfen. Futterst? Hast du gefuttert? Nein. Hast du nicht. Sauer. Komm. Was? Einen ist schwierig, ne? Ja. So. Dann schiebe ich dich halt zum Fressen. Okay. Ich glaube, so klappt das wirklich. Tatsächlich. Da futtern sie jetzt. Oh ja. Ich glaube, jetzt habe ich es endlich geschafft. Bist du dir sicher? Dann logge deine Antwort so ein. Ja. Ich glaube, diesmal ist es geschafft. Und dann können wir auch mit der Folge beenden heute. Jetzt muss man ja nur meinen Wolf hier finden. Schnüppel die du. Bis zum nächsten Mal. Ich dachte, ich gucke die gucke. Ichao. Vielen Dank.